Yo Leute, was geht ab Motorplus wieder? Backup Start mit einem neuen Video. Ist jetzt schon ein bisschen länger was her, wo ich einen Block aufgenommen habe. Ja, es geht auch schon wieder direkt los hier. Ja, es hat halt einfach den Grund, das ich ja mit meinem Handy aufnehme, das jetzt an der Ladebucksticht am iPhone, das hat so einen Wackelkontakt und das hat dann halt nicht mehr geklappt. Und jetzt nehme ich mal das Sehner auf, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die schlechte Qualität. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob man mich überhaupt wirklich versteht, ich lasse euch ehrlich. Ja, wir cruisen jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Dabei ist halt Stefan, eins bei Graf 1, den kennt ihr ja. Und Kenny, das kennt ihr auch aus dem einen oder anderen Video, der ist heute dabei mit seiner EXC 200. Ja, wir machen das. Digga, ich krieg keine Wheelies mehr, ich hab's einfach verlernt, ich kann's nicht mehr, keine Ahnung. Einen Monat keine Wheelies gemacht, ich kann's nicht mehr. Aha, da ist das Ding doch wieder. Gut, das war jetzt der erste Vernünftige. Das ist doch tatsächlich wirklich eine der ersten Runden durch Wommerskirchen mit dem Empire. Ja, jetzt geht noch. Ja, jetzt geht noch. Haha. Wie Ruhe und Söhne fahren wir schon wieder hier, Alter. Der Pais geht auf jeden Fall gut ab. Ich weiß auch nicht, warum wir hier dann fahren. Von da oben fahren meistens immer Bullen. Kann sein, dass wir jetzt auch wieder oben sind, die haben Kreisverkehrs. Den Helm. Nö. Der will's noch heute provozieren, glaub ich. Na, der will's ein bisschen gefegt. Äh, der will's ein bisschen gefegt. Äh, ha, ha! Da hat er, wenn's ein bisschen gefegt. Oh, 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 oh Oh! Oh! Woah! 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 Ich trinke keinen Coaster, keine ordentlichen Essen. Musik 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 Noooo! Das ist schon, Skyr! Ja, da vorne kommen nämlich eine Ampel. Mal konzentrieren hier. Ja, ich wollte Videos sehen, aber das war bestimmt schon wieder zu schnell. Da habe ich keinen Bock jetzt zu tryen. Boah, der Sound ist aber auch asozial von der Aerobs geworden, Alter. Hallo. Ich muss mal was abschaffen, die Kurbel hier ist ein wenig schärfer und nass und deckel. Ich muss mal was abschaffen. Ich muss mal was abschaffen. Ich muss mal was abschaffen. Es ist auch mal so, im ersten Moment sind wir gleich auf und dann kommt der M5 zum Vorschein mit seinem Leistungsdrehzahlband. Keine Ahnung. Und dann mit der 6. Der ist schon wieder auf dem Hinterrad. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch hinbekomme. Wir werden jetzt tryen. Ein bisschen langsamer werden. Ich fahre übrigens auch immer noch die Oriwelle. Also, es geht schon irgendwo fit. Ich dachte, es wird gleich 3 Kilometern. Keine Ahnung. Fresser oder so. Weil Kurbelwelle abgeschafft ist. Es geht weiter. Es wird weiter. Seit escoin wäre unter dem Hundreds�iten. Ich konnte es besser werden. Wie war das? Mais relativ. Oh, das ist schon Vlog-Ende, ja? Gut. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, da rein, ciao.